Hallo bei Support.net Surft. Ich möchte euch heute mal eine Webseite zeigen, die heißt First Person Tetris. Ihr kennt ja alle den Spiele-Klassiker Tetris und der hat hier eine ganz besondere Überraschung bereit. Bedient wird das Ding, das Spiel ganz einfach mit den Richtungstasten, das Tetris, der jeweilige Tetris-Stein wird mit Space gedreht. Ich habe die Musik mal ausgeschaltet, damit wir keine urheberrechtlichen Probleme kriegen und los geht's. Ja, wie ihr seht, ist hier schön ein altes Tetris-Feld aufgebaut und da ist schon die Überraschung, denn sobald ich anfange, die Steine zu drehen, dreht sich auch das gesamte Bild. Das macht die Sache also doch etwas schwieriger als gewohnt. Ich finde das übrigens auch sehr schön, wie das animiert wurde mit dem alten Fernseher und der alten Nintendo-Spielkonsole. Das durchkriegt das Spiel tatsächlich nochmal einen ganz neuen Reiz. Ihr könnt das finden unter firstpersontetris.com und ich empfehle es, probiert das da einfach mal aus, so macht Tetris auf einmal wieder Spaß. Für mich ist das jedenfalls jetzt beim ersten Ausprobieren schon fast ein bisschen zu schwer. Also, ich wünsche euch selbst viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal bei Supportnet Surft. und bis zum nächsten Mal bei Supportnet Surft.